Sicher? Ja. Ist ja ganz sicher. Ja. Bei mir steht immer noch, der Stream ist offline. Ja, das ist richtig. Der kommt erst noch. Achso, ja, Firm Delay. Ah, ich bin ja auch ein Dose. Ach man. Ja, wieder mal mit meinem, äh, Düsseligen Co-Moderator. Was? Düsseligen Co-Moderator. Mit einem Düsseligen Co-Moderator, ähm, und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt, äh, ich könnte jetzt alle anderen Co-Moderatoren auf einen Schlag beleidigen, indem ich sage, das ist mein Lieblings Co-Moderator. Aber da wäre das so, als würde ich sagen, ich bin, äh, nee, ich, äh, bin Commander Shepard und das ist meine Lieblingsstation auf der Citadel. Es wäre, äh, ja, das ist, das ist so ein typischer Standardspruch, den man da, äh, haben kann. Und, das ist einfach so, man geht da zu irgendeinem Laden hin und sagt, äh, die Fragen einen, willst du Werbung für uns machen, dann kriegst du was dafür und dann spielen die da, diesen doofen Spruch ab. Okay. Ein Grund mehr, warum ich das Spiel nicht spielen sollte. Was? Wieso? Weil, weil du nicht, ähm, Weil du als, äh, Held der Galaxie für, äh, Werbezwecke missbrauchtest. Ein Stern in der Kiste. Ih. Was ist denn das hier noch? Vier Säulen und das Gleichgewicht. Entdeckungsreise in der Pyramide. Spitze der Pyramide. Okay, ich hab auf jeden Fall noch keine acht Münzen, aber ich glaub, das ist das nicht. Stern in irgendeiner Kiste. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ja, wahrscheinlich ein Stern in einer Kiste. Ja, aber nicht in dieser da, das weiß ich. Vielleicht musst du sogar pudeln oder sowas. Hm. Wer weiß. Also, ich kann auf jeden Fall erst mal... Wusch! ...das tun. Oh, welche Kiste meinen die denn nur? Keine Ahnung, vielleicht ist ja... Ah! Warum ist das jetzt passiert? Der ist ja netterweise in Scheren drauf gemalt worden oder so. Hm. Auf die Kiste. Zum Beispiel. Ein Stern in der Kiste. Hm. Oh, warum bist denn da jetzt abgesoffen? Warum sagst du das so spät? Ich weiß ja, ich wollt's dir ja sagen, aber auf Skype empfange ich grad nix von dir. Wä? Aber, 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 aber. Moment. Ja, aber der hat ja gesagt, pscht, als ich das sagen wollte. Achso, du empfängst doch was auf Skype, oder nicht? Äh, nö, nö. Du kriegst das doch rüber gestreamt. Ja, da dreht sich nur so ein schönes Rädchen. Sag mir das doch vorher, Mann! Das wollte ich ja, aber du hast mich unterbrochen. Ey, dieses Teil tanzt um mich rumrum, während ich nichts tue. Das ist schön. Okay, äh, Bildschirmübertragung nochmal beenden. Bildschirmübertragung nochmal los. Ich mein, du kannst ja theoretisch, also ich kann dir ja, ich kann mir ja aussuchen, welches Fenster ich dir übertrage. Ah, jetzt sehe ich was. Danke. Sehr gut. Ja. Äh, Mario schläft ein, während dieser Pokey noch um ihn rumtanzt. Äh, scheint nicht aggressiv zu sein. Nein, nein, nein. Und? Oh. Die sind aber aggressiv. So, in welche Richtung will der? Der will in die Richtung, also gehe ich hier lang. Oh, nein! Hilfe! Hilfe! Überhüpf. Kann man sicherlich, aber denkst du, ich bin so lebensmüde? Naja, passiert doch nichts. Da ist eine Kiste! Da ist eine Kiste! Ich brauche ein Wario-Mützchen! Stimmste, was passieren kann, ist, dass du in Treibsand fällst. Hm. Ja, und im Treibsand sterbe ich. Treibsand macht mich kaputt. Oh. Ich nehme mir aber diesmal nur die Münzen erst mal. Die sind mir lieber als anderes Zeug. Aber wo sind die denn alle? Ich brauche alle acht roten Münzen. Da sind rote Münzen. Äh. Ach nee, Moment. Ich wollte ja, ich wollte den Wario haben. Eventuell brauche ich dann doch die Münzen erst mal nicht. Ui. Weil, wenn du den Stern in der Kiste einsammelst, anfangen musst, ne? Mhm. So, hier ist auf jeden Fall der Goomba mit der Wario-Mütze. Guck mal, hier. Tada! Yippie! Und jetzt bin ich Metal-Vario. Ha! Da kommt überhaupt kein Metal. Das klingt eher so ein bisschen Techno-mäßig. Was passiert, wenn ich da jetzt reinspringe? Ich will es eigentlich... Oh! Das Ding kriegt den trotzdem so weit hoch. Krass. Der ist doch aus Metall. Du musst es mal so sehen. Die spielen kein Metal, sondern metallischen Techno. Ah! Mit metallischen Klängen, ja. Genau. Ah, oho. Was fällt denen ein? Schnell weg hier! Durch hier! Äh, Hilfe! Oh, oh! Oh, oh! Äh! Ich will doch nur da hin! Und außerdem, warum gucke ich von so weit oben? Das ist widerlich. Diese Ansicht. Äh, soll ich das versuchen? Mit Anlauf? Äh, ja, warum nicht? Wow! Hast du das geschafft? Wunderbar! Und ein Stern! Aha! Und wo ist... Oh, nein! Nein! Wo war der denn überhaupt? Keine Ahnung. Ah, okay. Auf jeden Fall war das zeitlich bedingt, hä? Ich hab'n Ticker gehört. Ja. Äh, ich guck mal. Wo, wo ist denn jetzt eigentlich? Ich kann mir ja denken, wo der war. Ich glaube, ich bin schon in die richtige Richtung gelaufen. Nur, war nicht ganz richtig. Außerdem hätte ich eine andere Idee, wie ich das mache. Übrigens, ja, äh, hallo an, äh, a.k. Ja, Punkt. Ja. Oh, wir haben, wir haben einen weiteren Zuschauer. Nein, wir haben sogar zwei Zuschauer. Wir haben genug Zuschauer. Oh, oh, oh. Im Chat bitte teile ich. Ja. Ich glaube, alle anderen haben schon Angst vor den letzten Aufnahmen. Ah, sowieso, was hast du denn schon durchsartiges gemacht? Ja, nichts, oder? Naja, äh, als, als die Aufnahme vorbei ist, habe ich tatsächlich jemanden geblockt. Ja, man sollte mir keine Macht verleihen. Aber du bist doch hier, äh, Schindel-Inhaber. Das heißt, ich darf alles, haha. Nein, äh. Das heißt jetzt sowas, ich darfst jetzt in die Politik eintreten. Das könnte böse Folgen haben. Ja, in die Politik sollte ich nicht reintreten. Das könnte böse Folgen haben für die Politik. Vielleicht soll ich jetzt nochmal reintreten. Vielleicht erinnert sich an was Schönes. Nein, nein, nein. Vielleicht kommt was Schönes raus, wenn ich mit einem, mit einem Stock gegen haue. Nein, nein, nein. Ich glaube, wenn du in den so einen Politiker reintrittst und hoffst, dass du was Schönes bei rauskommst. Nein, nicht in einen Politiker, in die Politik selber, als Sinnbild. Ah, achso, okay. So reintreten wir, oder reinkloppen wir in eine Pinata. Eine Politiniata. Popcorn? Bonbons. Popcorn wäre auch gut. Nein, Popcorn schmeckt nicht. Lieber Candies. Candies von, von Andies. Andies Candies. Das wäre doch mal... The Candyman, man. The Candyman, man. Äh. Ja. Noch reingekommen. Äh. Also, noch, 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 noch drunter gewesen. Also... Ist ja auch nicht besser. Aha. Ich hab's noch geschafft. Ah. Juhu. Juhu. Boing. So, ich will aber noch gar nicht den drücken, sondern ich will, äh, Mario werden. Weil ich bin... Zu ängstlich, um Wario zu bleiben. Und... Spring in den Treppen, um den zu verlieren. Juhu. Was mach ich hier eigentlich? Oh mein Gott, ich schaff das doch nicht. Ich schaff das doch niemals, hier noch irgendwo hinzukommen, wo ich... Oh, doch. Juhu. So, und jetzt... Oh, schade. Jetzt bin ich ein Mario. Und schneller. Ah, das mach ich nicht. Da spring ich nicht gegen. Ich... Ich nehm lieber diesen Weg. Weiter, weiter, weiter. Juhu. Moment, da ist ne Wario-Mütze. Warum ist da jetzt ne Wario-Mütze? Vielleicht war da schon immer eine und du hast... Oh. So viel zum Thema schneller. Wario schafft das ohne Probleme, Mario versingen. Ist da jetzt immer noch die Wario-Mütze? Nein. Ja, das tut er. So, ich mach das jetzt aber schneller. Ich geh da lang. Ich geh nicht mal mehr. Oh, neun. Oh, nein. Oh, neun. Moment, neun? Ich lese hier acht. Ja, Delay. Kuckuck. Boink. Wenn es so weitergeht, müssen wir gleich ein Schild aufmachen. Wegen Überfüllung geschlossen. Nein. Gar nicht wahr. Schmeiß einfach ein paar Leute raus. Nein. Nein, nein, nein. Das ist... Das ist gemein. Das... Nein, das... Das mache ich nicht bei Leuten, die es nicht verdient hätten. Das war jetzt auch irgendwie gemein. Was? Wo? Wie dem auch sei. Ich will meinen Stern haben. Eventuell auch kriege ich den mit Wario. Und ich muss hier warten. Nein, muss ich nicht. Doch, ich muss warten. Bis das Ding nämlich mal weiter... geht. Ob ich das auch mit Wario schaffe? Ich schaffe das auch mit Wario, oder? Aber dann komme ich... zu Mario wechseln, wenn du... Ja, wenn's... Und ich glaube, mit dem Fliegen bist du eh langsamer. Was? Nein, ich will ja gar nicht fliegen. Oh. Ich dachte wegen der roten Box da. Oh, oh. Und ich komme durch! Ja! Genau so! Nee, aber... Äh... Los, los, los! Ich will ja gar nicht fliegen. Ich will ja nur schneller rennen. Yay! Aber das muss ich nicht. Hätte ich das mal vorher gewusst. Dann hättest du einen Anlauf weniger gebraucht. Oder zwei. Also dann hätte ich jetzt nicht nur ein Leben. Definitiv. So. Save. Sieht's denn eigentlich jetzt aus? Mit Edna spricht aus. Nein! Was ist denn das denn? Pyramidenpuzzle? Was ist denn Pyramidenpuzzle? Ich nehme lieber die, ich... Ein Pyramidenbausatz zum selber basteln? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich will doch eigentlich bloß erstmal die roten Münzen. Die roten Münzen sind mir grad lieber. Und die würde ich mir dann auch holen per Anhalter. Durch die Galaxis. Ah. Oder? Nee, Moment. Also ich geh... Erstmal geh ich mir hier die rote Münze holen, die hier mindestens ist. Also hier ist mindestens eine und das ist die da. Jetzt sehen die Leute im Chat schon mehr Leute... ...als Schauer, als mir angezeigt werden. Bei mir stehen immer noch neun. Bei mir steht jetzt zehn. Ich hab jetzt zehn Zuschauer. Jetzt fängt das Zählen an, weil man nichts anderes zu sagen hat. Genau. Ein Zuschauer. Zwei Zuschauer. Drei Zuschauer. Aha. Aha. Ja, genau. Okay, jetzt gucken wir mal, wo muss ich denn lang, damit ich hier mal was abgreifen kann. Ich find's ja amüsant, wie Graf zahlt im englischen... Count. ...the count. Ja, was ja auch Sinn macht, weil er ist ja... ...ein Graf und das ist ja im englischen... ...oder da gibt's so einen Titel, der heißt Count. Genau. Wuhu! Und da komm ich nicht ran. Schade. So. So. Nein, ich will den nicht haben. Und ich will diese Münze. Und ich hab diese Münze. Wuhu! Mohammed und Adidas. finde ich halt nicht... Ich hab nicht damit angefangen. Nein! Blöp. Oh. Null-Leben! Ha, ha, ha. Ja, und wenn du gleich dem Overgestern wird aus, Edna spricht aus, Superman 64. Na! Hört doch mal auf mit diesen bösen Spielen. Aus! Na komm. Ich will da nur hoch. Komm. Ach, komm schon. Das geht in der N64-Version besser. Grüß mal zurück. Hallo, Cube. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Dann wäre ich gemein. Das macht man aber anstandhalber. Ja. Ähm. Konnichiwa. Ach, komm schon. Ich komme da nicht mehr hoch. Jetzt aber. Ha, äh. Hey! Was für ein... Komischer Fehler. Aber ich konnte ihn ausnutzen. Um jetzt doch oben zu sein. Ja. Das wissen garantiert alle schon, dass du ein Buggypter bist. Ja. Ja, ich... Ich cheate auch in, äh... Virtual Reality Games. Ja. Ja. Verschafft mir dadurch böse Vorteile. Das hat man ja, glaube ich, in dem letzten Video gesehen. Ja. Cheaten in der Matrix, was? Ja, genau. Cheaten in der Matrix. Dafür ist sie ja da, oder? Was? Die Matrix zum Cheaten? Ja. Ja, 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 natürlich. Hui! Yippie! Yippie! Und sonst hätte Neo nie sowas hingekriegt. Ja. Sonst wäre der ja einfach... Das wäre nix geworden halt. Ja. Er hätte nicht fliegen können wie Superman. Oder wie Super Mario. Nicht kämpfen wie Batman. Ja. Ich kann Kung Fu. Nein, der ist ja... Außerdem ist das ein anderes Universum. Ja.